Boah, ist das ne tote Stille hier. Hallo? Ist irgendwer da? Hm, naja gut Leute, willkommen zurück zum Out of Blade with Fire and Sword, ne? Musik gibt's hier nicht mehr, warum auch immer. Ich hab die Jukebox umgeschmissen oder so. Ja, wir haben ja beim letzten Mal heiter gekämpft, wir haben auch einige Gefangene dabei und so, ne? Aber ich hab auch Sachen zum Verkaufen, ich will hier aber aus dem Gebiet erstmal noch nicht raus. Ich würd schon viel lieber erstmal noch ein bisschen was verkaufen, ne? Ah ja, ich hatte ja auch so ne tolle neue Pistole abgestaubt. Kann ich mir noch ein bisschen Nahrung hier gönnen? So, jetzt könnte aber echt langsam mal Musik kommen oder was? Wir reiten mal, ah, wir reiten mal rüber in die Festung. Vielleicht werden wir da ja sogar unsere Gefangenen los. Ich möchte in die Tavern. Ne, hier gibt's nur Söldner, schade. Na, nichtsdestotrotz können wir hier unser Zeug jetzt erstmal verkaufen. Und mit den Talern sieht's gar nicht mal schlecht aus, ne? Da ist schon ein bisschen was wieder reingekommen. Wir hatten ja einige Ausgaben, weil wir unsere Söldner etwas aufgerüstet haben und ein paar neue gleich mitgekauft haben. Hä? Der ist wieder unterwegs? Ich will mit dir reden, was war los? Gibst du mir Infos? Bleib stehen, Clermont! Oh, seid gegrüßt, Lord Peter! Um der Wahrheit die Ehre zu geben, ich hätte nicht damit gerechnet, euch noch einmal lebend anzutreffen. Ich bin ebenso erfreut, euch zu sehen. Habt Dank für eure Hilfe bei unserer ersten Begegnung. Nun bin ich ein gestandener Mann, doch sorgt für mich die Zukunft nach wie vor. Einzelgänger haben es stets schwer. Ohne wohlhabende Gönner oder eigenen Reichtum ist es kein leichtes Ruhm und Macht zu erlangen. Habt ihr nie erwogen, euch einem der Kriegsgegner anzuschließen? Doch, das habe ich wohl erwogen, nur wie soll ich den, das Wohlwollen der Reichen und Mächtigen erlangen? Entscheidet euch für eine Seite und kämpft in ihren Schlachten, dann werdet ihr rasch merken, wer Freund und Feind ist. Doch um die Gunst von Königen, Magnaten und Befehlsgewaltigen zu erheischen, mischt ihr euch erst einen guten Namen verdienen, einen klangvolleren, als ihr ihn im Augenblick habt. Was muss ich tun, um mir einen klangvollen Namen zu erfreuen, wie ihr es nennt? Erledigt allerlei Aufträge, nehmt zum Beispiel mich noch heute. Äh, das klang jetzt... Nehmt zum Beispiel mich noch heute, oh Gott. Es tut mir leid. Oh Gott. Das war so mega ungewollt zweideutig. Okay, nehmt zum Beispiel mich. Noch heute begebe ich mich in geheimer Mission nach Frankreich, wenn der Zar von Moskau es mir persönlich befiehlt. Gebt mir einen Rat, an wem muss ich mich wenden, um derlei Aufträge zu bekommen? Nun, ich denke, ihr habt glückt. Oh Mensch, ich bin jetzt richtig durch Wind. Ich habe kürzlich ein Schreiben vom Prinzen... ...Droboski erhalten. Er führt Krieg in Litauen und ist auf der Suche nach Rittersleuten, die seiner Sache dienen wollen. Wenn ihr es wünscht, könnte ich euch ein Empfehlungsschreiben an ihm mitgeben. Ne, pfff. Ne, danke, brauche ich. Ne, lasst mich in Ruhe. Ich will meine Ruhe haben. Ich weiß doch schon, für wen ich kämpfen will, Mensch. So, Taverne und so. Guten Tag. Aha. Du da. Sofort her mit... Oh, immer dieses Geschwafel. Gut, pass mal auf hier. Hier krieg ich 20. Pass mal auf, hier krieg ich 82. Ja. Und hier jeweils 40. Und zack, haben wir schon wieder fast 10.000 auf der Kante. Gut, reiten wir mal wieder in Feindesgebiet. Mal gucken, was wir hier noch so tun können. Gebt mir Patrouillen. Sehr schön. Und voll der Attacke reiten. Meine Männer postieren sich dort. Und der Rest ist vor Ort. Kanal. Ha! Oh, ich hab getrefftet. Lassen Sie das bitte mit der Waffe bleiben, ja? Hallo, Ratte. Oh ja, glaub ich's denn. Aus dem Weg jetzt, oder wie? 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 Oh Mann, ich treff die Säue nicht. Oh oh. Ja, und dann hab ich nur umgeritten. Na, schönen Dank. Oh lol. In dem Moment, wo ich zugeschlagen hab, hat mir einer ein Headshot verpasst. Das nennt man Doppelkill. Aber ich hab trotzdem gewonnen und krieg wieder was. Oh, ich werd gerne mal zur Seite gebombt, ne? Merkt er schon. Da steh ich drauf. So. Jo. So ist es. Hä? Ach, die ziehen sich zurück, oder was? Die sind jetzt nämlich angeschlagen, das will ich ausnutzen. Bleib still. Hab dich. Das wird eine Schlacht in der Nacht, Leute. Eine Schlacht in der Nacht. Postieren, nachladen und auf mein Gefehl warten. Oh oh. Feuer! Verdammt, das läuft nicht, wie ich's wollte. Geh aus dem Weg, Pony. Hab ich zu tun, oder was? Dass die auch immer direkt auf mich ballern wollen. Holt sie euch! Warum hab ich eigentlich keine Kugeln? Hab ich doch. Ich bin doch irgendwie auf X gekommen. Na dann. Mistpratze. Boah. Alles weggeknüppelt. Gut gemacht, Soldaten. Gut gemacht. Haben wir Tote? Nee. Also die neuen Rüstungen, die haben sich auch, finde ich, ziemlich gelohnt. Also mit den neuen Rüstungen halten meine Leute jetzt ganz schön was aus. Die haben doch die Rüstungen, die ich hab, ne? Ja, finde ich. Sieht so aus. Gut. Oh, mein Spekulatius-Priester liegt wieder am Boden. Warum denn du? Ich hab Zeug. Wollt ihr nicht? Gut. Armer Kosak. Kosaken sind aber Britten, ne? Hm. Jura. Damit kann ich nichts anfangen. Ich weiß nicht, ob das ein Britten ist. Also 16 von denen sind jedenfalls Fußsoldaten. Das ist gut für uns. Aber die sind halt auch in der Übermacht, ne? Wir probieren's. Natürlich will ich euch ausrauben. Jetzt rückt schon mit euren Gütern raus. Zack. Wir bleiben, wo wir sind. Und lassen die Reiter erstmal angreifen. Ja. Sehr gut. Ja. Ja. Männer, ihr müsst vorrücken, damit wir die Fußsoldaten unter Beschuss nehmen können, die da hinten anrücken. Einfach in die Menge feuern, Leute. Ich versuch's, sie abzulenken. Ist gar nicht mehr nötig. Die rennen so schon weg. Boah, das hat ja richtig perfekt gesessen. Schnappt euch die, die noch leben. Ich schnapp mir die Überlebenden hier. Und zwar alle. Das ist meine Erfahrung. Und ihr werdet nicht entkommen. Jeder fängt sich ne Kugel. Boah, das ist so genial gelaufen. Ich glaub's noch gar nicht. Wir haben die ja richtig niedergemacht. Weil die auch so schön einzeln kamen. Und die ganzen Nahkämpfer kamen dann in einer großen Traube, dass man gar nicht vorbeiballern konnte. Hervorragend gelaufen, das Ganze. Hervorragend. Ich glaub, wir haben nicht einen einzigen Soldaten verloren in dieser Schlacht. Ich bin stolz auf euch. Ihr seid wahrhaft ein heldenhafter Trupp. Zieht euch das rein. Wir haben die so richtig platt gemacht. Ist doch einfach fantastisch, Leute. So, wir haben jetzt hier einen Haufen Zeug. Boah, shit. Haben wir nicht noch wertlosen Plumber? Den kein Mensch braucht irgendwie. Zeug, das aufgebraucht ist eventuell. Das Bier hier zum Beispiel kann weg. Dafür kriegen wir noch den Wodka mit rein. Ach, das war schön. Das war schön. Das hat so richtig gesessen. Ach, Menno. Na gut, wir sollten jetzt ohnehin erstmal gucken, dass wir in eine Stadt kommen und den Mist verkaufen. Boah, ich weiß, dass ihr teuer seid. Ihr habt euch euer Geld aber auch verdient, Mensch. So, jetzt erstmal zum Marktplatz hier. Ganz wichtig. Gemischtwarenhändler können wir machen. Du kriegst der Wodka. 1800 hat der. Dafür kaufe ich mir noch eine Portion Fisch und noch eine Portion Fleisch. Das können wir hochsortieren. Bitte, Shane. Doch, das hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt. Das war eine schöne Aktion. Das war eine schöne Aktion. So, was machen wir denn jetzt? Ich bin total geflecht. Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut klappt. Wir sollten mal in eine Taverne gucken, ob irgendwo ein Lösegeldfritzer hockt. Wir haben hier ein, zwei Gefangene. Na, hier leider nicht. Gut. Dann würde ich sagen, probieren wir das Gleiche doch nochmal. Suchen wir uns eine Karawane und dann geht's rund. Warum willst du mir folgen? Willst du so unbedingt sterben? Von mir aus? Bis zum bitteren Ende, sag ich. Männer, zeigt, was ihr wert seid. Aber die neue Ausrüstung für die, die hat sich so dermaßen gelohnt. Die Musketen sowieso, also das sind ja, glaube ich, auch die teuersten, die wir denen jetzt gegeben hatten. Die haben sich voll gelohnt, weil die richtig zielgenau sind und richtig heftig Schaden machen. Aber auch die Rüstungen, mit denen halten sie gut aus. Zack. Hey. Würden sie mich bitte nachladen lassen, oder was? Hey, den wollte ich wegsämmeln. Da unten ist noch einer. Holt ihn euch! Oh, da ist einer von mir gestorben. Das kann ich nicht zulassen, dass hier welche von mir sterben. Ich muss mal hier lang. Tötet! Hervorragende Arbeit! So, mal sehen, was ich für Verluste habe. Einer Tod, drei versprengt. Nö, die sind verwundet, nicht versprengt. Würde ich behaupten. Na gut, wir haben hier auf jeden Fall noch ein paar hübsche Gefangene. Oh, die ist genauer als meine jetzige. Dann will ich die haben. Ich will die genauere Pistole. Und zwar Zigi-Di-Zagi-Di. Gut, der nächste. Ich habe noch frische Truppen. Ich sehe keinen Feind. Das ist problematisch. War ich das? Ich hoffe es. Bleib stehen und es ist dein Tod. Nicht sterben, Männer. Nicht sterben. Hab was getroffen. Der Kerl will abhauen. Den krall ich mir. Bleiben Sie stehen. Da. Erledigt. Ich bin voll stolz auf meine Truppe. Das ist so eine richtig gute Armee. Die ist klein, aber... Oh, ho. Und mit jedem gewonnenen Kampf steigt meine Kohle. Wir müssten bald mal wieder einen Riga halt machen, würde ich sagen. Bisschen was hinterlegen. Ich glaube, beim nächsten Mal schiebe ich auch erstmal wieder ein Handelsvideo dazwischen. Aber wenn wir schon mal hier sind, können wir auch mal was verkaufen, ne? Pass mal auf hier. Ich verkaufe dir was. Dann ziehe ich doch lieber in die Richtung, würde ich sagen. Äh, Bürgermeister, hier wollte ich gar nicht hin. Das ist schlau gewesen, dass ich hier gar nicht hin wollte, aber trotzdem hingegangen bin, ne? Oh, shit. Ihr wollt mich unter Beschuss nehmen, hab ich gehört. Kommt ruhig näher, wenn ihr es wagt. Banditenpack, die denken auch, die wären was, hä? Wow! Wo ist die Kröte? Oh! Habe ich getroffen? Ich weiß es nicht. Hab getroffen! So war's das jetzt mal, oder wie? Jo. Na, da haben wir schon wieder 200 Taler bekommen, für ein bisschen Spaß haben, ne? Feine Sache. So, guten Tag, ich musste mich durchkämpfen. Gibt's hier wen, oder was? Ne. Gut. Dann hau ich euch jetzt den Mist an den Latz. Gebt mir Kohle dafür, aber zack. Das kann doch nicht sein, hier musst du irgendwo mal, oder was? Krakau, komm schon. Ich weiß, dass du's kannst. Lösegeld. Buchhändler, Tavernengast, Prabbeldiwibbeldi. Hey, Bürgermeister, wenn ich schon mal hier bin. 128er Färbemittel. Na, hier kriegen wir ja sogar einen ordentlichen Gewinn raus, hör mal. Das ohne, dass wir da mitgehen müssen. Oh, die Pullen werden grad richtig platt gemacht, ne? Äh, jo. Taverne. Sag mal, wollt ihr mich eigentlich... Hier muss doch irgendwer auch noch, oder was? Wir müssen alles abbreiten, hier. Das kann doch wohl nicht wahr sein, hier, oder was? Briten, Preisen... Oh, warte. Äh, was? Oh, da weh. Da wollen wir wohl alle Ärger haben. Warschau hier, komm jetzt. Oder was? Ihr seid doch alles Schweine. Arlenstein, sei mir treu ergeben. Ich will doch nur die Gefangenen loswerden. Ah. Was geht das wieder los? Dreimal Wache, zweimal Reiter. 15.000 auf der hohen Kante. Mensch, Leute. Mittlerweile haben wir doch schon ganz schön Reichtum angehäuft. Das ist doch eine schöne Sache. So, hier bei Burg Arlenstein hören wir auf für heute. Und beim nächsten Mal geht's hier dann weiter mit einem kleinen Handelspart. Tschüssi.